Hallo liebe Zuschauer, heute möchte ich Sie recht herzlich aus unserem Freiberger Unternehmen begrüßen. Hier im Ortsteil Zug, im Gewerbegebiet Rotvorwerk, unterhalten wir eine hochmoderne Nutzfahrzeugwerkstatt. Neben dem Hauptbereich MAN, mit welchem wir seit 25 Jahren für unsere Kunden tätig sind, bestimmen die hydraulischen Ladegräne des italienischen Hersteller FASI, sowie der Umbau von Spezialfahrzeugen für die Landwirtschaft, den Schneider All Terrain Truck, die beiden weiteren wesentlichen Geschäftsfelder. Seit kurzem gehören auch die neuen MAN-Transporter TGE mit zum Geschäftsfeld des MAN-Nutzfahrzeug-Service. Neben diesen wesentlichen Geschäftsfeldern umfassen Verträge mit Ladebordwandherstellern, Achs- und Bremssystemhersteller, sowie den größten Herstellern von Anhängern und Aufliegern zu dem umfangreichen Portfolio unserer Dienstleistungen. Mit diesem breiten Afterseals-Angebot bieten wir unserem Kunden optimale Voraussetzungen für einen kurzen und umfassenden Werkstattaufhand halt. Mit einem eigenen Fuhrpark von Miet-LKW und den bereitstehenden Werkstattersatzfahrzeugen können unsere Kunden von weiteren Angeboten Gebrauch machen, die den besonderen Service unseres Unternehmens unterstreichen. Nicht zu vergessen sind natürlich unsere hervorragend ausgebildeten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, mit deren motivierter Arbeit all diese Leistungen erst mit Leben erfüllt werden. Auch unseren Beschäftigten stellen wir die besten Voraussetzungen für eine motivierte und engagierte Arbeit zur Verfügung. Neben der neuesten technischen Ausrüstung stehen ihnen umfassende Angebote zur Weiterbildung bereit. Die kostenfreie Versorgung für jeden Mitarbeiter mit diversen Getränken und einer betrieblichen Altersvorsorge sind seit Jahren ein Standard unserer Zusatzleistung. Auch um den Nachwuchs von Kfz-Mechatronikern kümmern wir uns seit 25 Jahren. Aktuell lernen in unserem Unternehmen zwei Azubi diesen Beruf. Ein dritter Azubi wird in diesem Jahr hinzukommen, womit alle drei Lehrjahre besetzt sind. Aber auch für gestandene Facharbeiter aus der Nutzfahrzeugbranche haben wir immer ein offenes Ohr. Sollte dieser Beitrag Interesse bei Ihnen geweckt haben, auch für eine Beschäftigung, dann melden Sie sich ganz einfach bei meinen Mitarbeitern oder bei mir. Bis dahin bedanke ich mich für Ihr Interesse und wünsche allen Zuschauern eine schöne Zeit. Glück auf!